Liebe Schülerinnen und Schüler, in den letzten 18 Jahren hat es immer irgendwie geklappt, dass ich euch in die Ferien verabschiedet habe. Diesmal leider nicht, wegen der Corona-Krise. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut. Ihr genießt zumindest das Wetter draußen, kommt mit den Aufgaben klar, die die Lehrer für euch ins Netz gestellt haben und begeht jetzt dennoch ein schönes Osterfest und lasst euch die Ferien nicht zu lang werden. Ich hoffe, dass wir uns bald in der Schule live wiedersehen und alle gesund zurückkommen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020